Zusammenfassend kann man feststellen, dass alle bisher beschriebenen und kritisch gewürdigten Konzepte einer Didaktik der populären Musik durch einen Ansatz gekennzeichnet waren, der sich auf ästhetische Normen und Werte einer im 19. Jahrhundert begründeten Philosophie der Kunstmusik bezog. In deren Mittelpunkt stand das musikalische Kunstwerk als autonomes Werk, das Kraft seiner überlegenen Erkenntnis- und Bildungsfunktion in der Lage sein sollte, einen allgemeinen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und Humanisierung der Menschen zu leisten.